wir haben fix und ich glaube dass wir hier rein müssen oder müssen wir mich hier irgendwie denke ich mal unten sind die tscheche also jeder sind die da sind die ich habe jetzt keinen bock den noch mal zu klären hier ist eine geheimtür auf jeden fall und volle jetzt sind wir sichtbar jetzt sind wir sichtbar soll mich das jetzt beeindrucken ich bin unglaublich was wir dann kommt man kann man doch irgendwie die dinger drücken aber in welcher reihenfolge ich muss mir die map nebenbei aufmachen es nützt nichts branding zone da ist ja da sind ja die schalter da bin ich jetzt ja gerade bei 1 schalter für durchgang bei 23 schalter für durchgang bei 2 okay haben wir alle betätigt können wir jetzt rein theoretisch wieder zurück ein theoretisch müssten wir jetzt wieder zurück können hier kommen jetzt kommen wenn mich hier durch vor überlebte so lange so warum haben wir jetzt hier nicht rüber zwei sind durch und drei schalter für zwei sind durch und drei schalter für die zwei sind durch und drei schalter für die die kreis gegen drei schalter für die Oh nein, ist zwar nur ein Kratzer, aber kümmere dich drum. Oh, es ist nicht ganz so nice hier irgendwie, du lebt wieder, komm, hau ihn doch um jetzt, da der Jung, kommen wir jetzt hier, ne, das ist ja viel zu viele, äh, also ich würde sagen, das nützt gar nichts, wir müssen uns hier irgendwo schlafen legen können. Oh Mann, die da hinten trefften, ja, irgendwie trefften wir den. Man könnte jetzt rein, theoretisch, beim Eingang vielleicht. Das ist doch da, wo wir gleich runterfallen wahrscheinlich. Machen wir das da halt erst mal frei. Da hast du noch ein richtig großer Feuerlord. Kann das sein, dass der, der eigentliche Elite ist? Oh, ha, 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 nur ein Kratzer. Oh. War das schon alles? Ja. Ach, wir sind ja fertig. Mann ja, ich, wär richtig. War der automatisch schon an. Zug, okay, dann war der hier den, der ist easy. Äh? ich dachte jetzt hier wäre irgendwie mehr los aber anscheinend nicht warum kann ich jetzt immer noch nicht pennen der mal von hier schauen wo kommen wir denn hier ist noch eine tür und hier ist auch noch nähe und ja kommen wir ja da kommen wir hier können wir aber schlafen heißt musste trotzdem alle wieder nachmachen alle pass nützt ja nichts ist ja nichts aber dann haben wir jetzt erstmal alle wichtigen passt so wie gespeichert ja weit immer noch nicht zauber dafür aber irgendwie springen wir jetzt gleich runter und machen die fertig da unten ich weiß nicht ob das gute idee ist aber wir machen das auf jeden fall alles klar so gut wie neu auch kaputt alles klar auch ganz gut dabei dann musst du jetzt noch einmal bewahrung machen und überall noch den den die regeneration rauf auch ja ja spiel gespeichert und abfahrt runter jetzt ich würde ich sagen wo muss man langs hier zumindest hier in die ecke das sind ja nicht gleich ganz so viele dicke wird ein bisschen schwer sein denke ich mal bisher haben alle noch nicht so viel schaden jetzt könnte man mal den überlegen kommt natürlich auch noch gleich noch roter nehmen es halt auch dass die halt komplett nerven hast du minus 1 jetzt sogar gleich wer da scheiße überlebte runde bitte jetzt das war knapp hier fast draufgegangen jetzt geht er gleich drauf scheiße musste runde wieder durchkommen könnten aber auch geteiltes leben machen soll mich das jetzt beeindrucken habe ich bevor du jetzt hier ankommt vielleicht noch einen weg machen aber wer schon durchkommen denke ich oder ja jetzt kann ich erheilen nur dass sie so hintereinander stehen gefällt mir gerade überhaupt nicht also doch oben hast du einen schon weg jetzt haben wir nur die schwächeren die recht schnell umfallen ich bin unglaublich und du schießt doch auf uns alter nicht schlecht haben wir echt viele weg gemacht würde ich sagen noch mal so viele scheiße das gute ist die kommen mir nicht hoch kann ich einfach hier wieder warten und dann rutschen die anderen wieder runter wieder runter wieder runter wieder runter jetzt die ersten gleich weg eigentlich alle kurz vor dem drauf gehen alles alles da ist hier noch ist gar nix wie gedacht bisschen wäre was hier zumindest aber gar nix ok dann noch die andere seite klieren hier ist ja auch nix liegt hier noch in der ecke die schnell weg machen und dann scheint hier ja irgendwie der ausgang jetzt zu sein und dann ist man hier scheiße wie kommt man da jetzt rüber nicht so geklappt wie ich gedacht habe ich habe eine idee wie wir darüber kommen ist natürlich erstmal wieder den alten weg finden hier um müssen hier links hier links hier links da und dann gehen wir jetzt hier auf ich habe es gleich guck mal hier damit kann man das darüber machen und ich kämpfe hier ein ab wo ist jetzt was geöffnet als reißen schalte für 1 also ich glaube wir müssen hier runter wieder hier und dann müsste sich hier jetzt was geöffnet haben ja wir müssen scheiße können uns nicht unsichtbar machen ich habe es zumindest versucht alles klar alles klar weil da noch einer rum das war jetzt ja komplett falsch hier müssen wir laden da müssen wir nämlich nur hier hoch zack 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 ich kann es aufdrücken jetzt hat das gemacht jetzt müssen wir mal schauen warum hier noch so viele getriggert sind ich habe doch hier alle weggemacht bis auf auf der anderen seite da nicht also müssen wir mal hier und hier mal rein und hier mal kurz klar schiff machen und dann müsste jetzt nur noch hier frei sein hier noch die feuer gehen noch schnell weg noch einer ja danach müsste es aber grün sein ja egal jetzt müssen wir wieder zurück da längst da längst da längst da längst hier runter haben wir viel der fall noch an dann hier dann hier hoch da rein jetzt können wir mich vor unsichtbarkeit anmachen sehr gut das dürfte uns hier ja keiner ich hätte jetzt gedacht das ist der andere eingangausgang ist soll das denn jetzt habe ich das auch umsonst geklärt oder was bei der 15 kommt man da hin hier bei der vier müssen wir zur vier glaube ich müssen wir ist da die vier überhaupt die vier ist da wir sind jetzt da kann das sein ja also müssen wir da längst das bringt mal in ruhe das bringt mal in ruhe dann müssen wir hier nämlich rein denke ich mal nö äh bin da doch jetzt oder nicht vier ist weil die small house berge Hä? Ah, der hier. Nö. Schon der. Das soll da sein. Oder ist das hier hinter irgend? Nö, eigentlich nicht. Naja, es können ja noch die auf der anderen Seite sein, vielleicht. Ohne Herberge. Unsichtbarkeit nach acht Stunden, alles gut. Aha. Wenn ja. Will auch keine Aufgaben für die erfüllen eigentlich. Die Erdgelder, Verschlüsselung, Rituale. Komme ich hier aber auch nicht. Äh, ich weiß nicht, wie man jetzt hier weiterkommt, ehrlich jetzt. Hier ist nur eine Bank. Hier ist ein komischer Teleporter, der uns nicht so wirklich was bringt. Da habe ich das auch. Da habe ich das jetzt beeindruckt. Aber kümmere dich drum. Ich habe keine Ahnung, wie wir da hinkommen sollen jetzt, ehrlich. Ich hätte mich jetzt zumindest noch gerne in die Stadt gestellt, vor den schwarzen Tempel oder so. Aber das ist doch jetzt echt, das ist doch jetzt echt doof hier gerade. Hier ist nur ein Kratzer, aber kümmere dich drum. Hier ist nur die Herberge halt. Genauso wie da. Und da. Ist auch nur eine Herberge. Soll ich das jetzt beeindrucken? Aber kümmere dich drum. Au! Ist zwar nur ein Kratzer, aber kümmere dich drum. Wie kommen wir denn jetzt da hin? Hier ist das Maulhaus, da müssen wir halt nicht rein. Ja. Wie kommt man da hin? Aber Branding Zone ist halt nur. Ist nichts. Ja. Ja. Ich finde halt komisch, dass der Eingang halt auch, dass das zum gleichen Ausgang führt. Das kann ich nicht nachvollziehen, warum das so gemacht worden ist. Soll mich das jetzt beeindrucken? Das kann ich nicht nachvollziehen hier. Warum bist du denn jetzt wieder hier voll? Ich war doch nur eine Sekunde hier draußen. Das ist zwar nur ein Kratzer, aber kümmere dich drum. Hä? Oder habe ich jetzt gerade einen falschen Speicherstand hier geladen? Was ist denn das jetzt bei allen Drohnen, Katze? Äh, ich habe jetzt glaube ich gerade irgendwie nicht den richtigen Speicherstand geladen. Machen wir den nochmal hier. Planen wir von hier. Und wir hier müssen an sich jetzt ja nur noch hier längs, hier längs das hier aktivieren. Zack. Den. Hier runter. Wir speichern. Und dann hier rein. Und dann haben wir gesehen, sind wir wieder hier. Soll mich das jetzt da? Ist das nur ein Kratzer? Lass du. Und hier sind die. Wollen wir gespawnt? Wollen wir mal hier jazz later? Wollen wir kämpfen?